Heute ein schwieriges Thema und zwar es hat eine Live-Debatte stattgefunden zwischen einem Veganer und einem Anti-Veganer, einem Fleischesser, der sich gegen Veganismus ausspricht und da gab es so einen Streitpunkt und zwar ging es da um das Thema Moral und deswegen wollte ich darauf nochmal eingehen. Ich werde nicht sagen, wer diese Debatte geführt hat und wo das Video zu finden ist und alles, weil ich keine Aufmerksamkeit auf diesen Nicht-Veganer ziehen möchte und deswegen werde ich hier keinen Namen nennen, auch ihr sollt keinen Namen nennen, werde ich nicht freigeben, die Kommentare, deswegen lassen wir einfach mal die Namen daraus, weil ich dem Nicht-Veganer keine Aufmerksamkeit geben will. Von daher, da hat sowas stattgefunden, sowas habe ich auch noch nie in meinem Leben erlebt, dass ein Mensch keine Moral hat. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich saß da und ich konnte es einfach nicht fassen. Um das mal zusammenzufassen, der Veganer hat gesagt, meine Moral ist natürlich die normale menschliche Moral, halt Menschlichkeit, die normale Moral, die jeder Mensch auf diesem Planeten hier teilt, ja anscheinend nicht jeder, aber normalerweise jeder Mensch, dass man Tiere schützen will, dass man nicht will, dass Tiere ausgebeutet werden und dass man nicht will, dass Tiere getötet werden. Und dann hat der Morallose gesagt, dass das nicht seine Moral ist. Es ist nicht seine Moral. Und da hat sich bei mir im Magen alles umgedreht und ich konnte es einfach nicht fassen. Der Typ ist mir auch so widerwärtig geworden, als er das gesagt hat. Und ich habe sowas auch noch nie in meinem Leben gehört, dass ein Mensch diese Moral nicht hat. Und ich konnte es einfach nicht fassen. Und dann habe ich auch verstanden, warum er Anti-Veganer ist, weil er dafür ist, dass Tiere sind da zum Essen, zum Ausbeuten, um Gewinn aus denen zu machen, irgendwie, um sie zu benutzen. Und das ist halt seine Moral, aber das ist halt keine Moral. Es gibt nur eine ultimativ richtige Moral. Es gibt nur, wie ich immer sage, schwarz und weiß. Es gibt nur eine einzige Moral und die ist, dass man natürlich Tiere beschützen will, dass man kein Leid verursachen will. Warum sollte man Leid verursachen? Das ist doch gerade der Punkt Moral, der Punkt Sittlichkeit, der Punkt Menschlichkeit. Moral ist Menschlichkeit. Das ist doch genau Moral und Ethik. Hast du eine Moral? Willst du Tiere beschützen? Willst du etwas Gutes machen? Willst du ein guter Mensch sein? Hast du diese Moral in dir? Oder hast du sie nicht in dir? Und er hatte diese Moral nicht. Sowas habe ich noch nie im Leben gehört, dass man diese Moral nicht hat. Wenn ich denke an mein früheres Ich als Fleischesser. Ich hatte, sagen wir vor 10 Jahren, ich hatte mit Veganismus nichts zu tun oder mit Tierschutz oder was auch immer. Schon damals hatte ich natürlich diese Moral, die jeder Mensch hat, dass man Tiere natürlich schützen will. Warum würde man denen irgendwas antun wollen? Irgendwas Schlechtes für die? Warum etwas Schlechtes? Du hörst doch schon, dass das schlecht ist. Du gehst zu einem Lebewesen hin und willst es töten und es versucht wegzulaufen, versucht um sich zu treten, blutet, schreit vor Schmerzen. Warum würde man dieses Schlechte machen? Das ist doch der Teufel. Einfach nur, wenn man das möchte. Natürlich will man das nicht machen. Man will ein Tier schützen. Man will ein guter Mensch sein. Man will alles Gute für das Tier machen. Das ist ja ganz genau diese Heuchelei, die in unserer Gesellschaft abgeht. Wie jeder Mensch so ist. Leider. Die Heuchlergesellschaft nennt man das auch. Da habe ich schon zig Videos über Heuchlerei gemacht, wo ich ziemlich gute Beispiele gebracht habe. Vor allem das mit dem Hund treten in der Stadt. Und alle stürzen sich ja auf diese Person und sagen, was machst du da? Und danach gehen die alle Mettbrötchen essen. Und merken keinen Zusammenhang. Und das mit der Kuh auch. Stell die Kuh in die Stadt. Alle machen Selfies mit der. Stell die Kuh ins Schlachthaus. Alle sagen, töte die Kuh, ich will essen. Und keiner merkt irgendwas. Aber jeder Mensch auf diesem Planeten bis jetzt. Das war jetzt die erste Person, die diese Moral nicht hat. Jeder Mensch hat die Moral, Tiere schützen. Tiere nicht ausbeuten. Tiere sollten nicht getötet werden. Es ist nicht gut, Tierenleid zuzufügen. Diese Moral hatte ich ja auch. Auch als Fleischesser. Ich wusste, dass ich Falsches mache. Nur ich war in diesem Konstrukt gefangen. Natürlich, dass wir Fleisch essen müssen. Für irgendwelche Nährstoffe. Ich wusste nicht, welche. Hätte man mich damals gefragt, welche. Dann hätte ich gesagt, naja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber es wird halt so gesagt. Ich hätte nicht antworten können. Weil ich wusste da nicht, was Vitamin B12 oder sonst irgendwas ist. Oder tierisches Protein. Blablabla. Aber das hätte ich vielleicht noch sagen können. So, ja, wegen Protein oder so. Weil ich vielleicht dachte damals, dass Pflanzen kein Protein haben oder so. Also die typischen Sprüche von Nicht-Veganern. Aber damals hatte ich wie jeder gesunde Mensch mit einem gesunden Menschenverstand, der ein Mensch ist, der Menschlichkeit hat, hatte ich da natürlich auch schon immer die Meinung, dass man Tiere schützen muss. Dass das schlecht ist, dass man Tiere essen muss. Weil du musst sie ja töten gegen ihren Willen. Du musst das Leben eines Lebewesen beenden. Du musst das Tier töten. Du musst ihm das Leben nehmen. Und das ist falsch. Das weiß ja jeder Mensch. Jeder geistig gesunde Mensch. Wer das nicht weiß, ist ein geistesgestörter Psychopath. Okay. Und von daher, damals wusste ich das. Und wenn ich hier mit, ich bin jetzt seit 5 Jahren Veganer und ich habe schon mal mit Menschen in meiner Umgebung darüber gesprochen, über Veganismus. Und jeder einzelne Mensch davon sagt genau das gleiche, was ich auch sage. Der sagt, Tiere töten ist falsch. Tiere töten ist schlecht. Oder Ausbeuten und sowas. Das ist alles falsch. Das ist alles schlecht. Und was sagen die darauf? Die sagen dann zum Beispiel solche Sprüche wie, ich esse weniger Fleisch. Das sagt ja jeder. Warum? Weil jeder diese Moral hat im Kopf. Dass es natürlich falsch ist, das dem Tier anzutun. Aber man muss es tun, um irgendwelche Nährstoffe zu kriegen und so. Und in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich gar nicht die Nährstoffe, sondern einfach nur Geschmacksbefriedigung. Deswegen isst man Tierprodukte. Und auf jeden Fall. Aber diese Moral an sich, dass man Tiere schützen soll und alles, die hat doch jeder Mensch. Jeder Fleischesser hat die. Ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand sagt, wie der Typ in der Debatte, er hat diese Moral nicht. Der hat gesagt, ich habe diese Moral nicht. Das ist deine Moral, aber nicht meine Moral. Und als er das gesagt hat, dachte ich, wow, was ist das denn? Der ist mir richtig unheimlich geworden. Könnt ihr mal überlegen, welche Menschen in unserer Gesellschaft haben keine Moral? Vergewaltiger, Kinderschänder, Mörder. Das macht diese Menschen aus. Deswegen sind die so geworden, weil die diese Moral nicht haben. Die haben diese Sittlichkeit, diese Menschlichkeit nicht in sich. Die haben dieses nicht, oh, da ist ein kleines Mädchen, ich will die natürlich beschützen. Nein, die haben zum Beispiel, oh, guck mal die, mit der mache ich jetzt irgendwas und dann zerstückele ich die zum Beispiel. Und dann fährt er mit einem Van vor und macht das dann. Er klaut die und dann macht er was. Das ist, weil dem die Moral fehlt. Der hat diese Menschlichkeit nicht. Der hat dieses Gefühl nicht, dass er was Falsches macht. Und verstehst du, sich da hinzusetzen und wirklich zu sagen, ich habe diese Moral nicht. Ich habe keine Moral gegenüber den Tieren. Nicht so wie du, nicht so wie jeder Mensch auf diesem Planeten. Ich habe diese nicht. Ich habe diese Moral nicht. Boah, der absolute Wahnsinn. Also wirklich, ich habe dann auch, ich dachte mir so, wenn man eine Debatte führt mit jemandem, falls das der Veganer sieht, wenn man eine Debatte mit jemandem führen will, dann sollte man von vornherein klären, ob man es mit einem Menschen zu tun hat. Mit einem geistig gesunden Menschen. Ich glaube, ich habe ihm das auch in den Chat geschrieben. Mach das erstmal klar. Mach erstmal klar. Bist du ein Mensch? Hast du eine Moral? Wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten, auch jeder Fleischesser hat diese Moral? Frag den das erstmal. Wenn er da schon sagt, ich habe diese Moral nicht. Dann zu diesem Zeitpunkt hätte ich bei Skype auf Sitzung beenden gedrückt. Was willst du mit so einem Menschen anfangen? Du musst diesen Menschen abstoßen von dir. So ein Mensch ist eine Gefahr für die Allgemeinheit, habe ich ja gesagt gerade. Weil diese Eigenschaft für ganz bestimmte Menschen steht. Okay, deswegen, meiner Meinung nach, müsste man solche Menschen aus der Gesellschaft entfernen. Okay, die müssen rausgenommen werden aus einer gesunden Gesellschaft. Diese Menschen haben in einer gesunden Gesellschaft nichts verloren. Okay, von daher, es ist der absolute Wahnsinn. Das ist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon viel gesehen, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Dass einer wirklich sagt, er hat diese Moral nicht. Okay, es gibt da auch so ein Bild, so ein ziemlich gutes ist das hier. Kennt ihr Ego und Eko. Der Ego links, das ist der, der alles unterwirft. Der sagt, das Recht des Stärkeren, der wird alles unter sich ausbeuten. Auch die Frau zum Beispiel als Mann unter sich ausbeuten, benutzen, ausnutzen. Und der Eko ist halt der, also links seht ihr den schlechten Menschen, rechts seht ihr den guten Menschen, der in Einklang lebt mit allen Lebewesen, der natürlich Leben schützen will, der niemals mit Absicht Leid irgendwem zufügen würde, weil er halt ein guter Mensch ist, weil er eine Moral hat. Und das Bild finde ich einfach so mega gut. Das ist auch halt der Inbegriff des Egoismus, keine Moral zu haben, um sich über alle zu stellen. Alle stehen unter mir und ich mache mit denen, was ich will. Das ist unglaublich, wie es solche Menschen geben kann. Deswegen sage ich, deswegen wird die Menschheit niemals vegan, wegen solchen Menschen. Aber müsste man aus der Gesellschaft rausnehmen, weil das ist einfach nur eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das kann ich sagen. Keinerlei Menschlichkeit in sich. Der hat Menschlichkeit nicht. Der hat keine Menschlichkeit. Das muss man sich mal geben. Wer keine Moral hat, hat keine Menschlichkeit. Und es gibt nur eine Moral. Und die teilen wir uns alle, diese Moral. Okay. Das ist der absolute Wahnsinn, Mann. Das ist auch ganz genau der Punkt. Wenn man schon nicht entscheiden kann. Ach so, genau. Ich hatte mir das hier aufgeschrieben. Das ist auch der... Ich konnte es auch nicht fassen. Dann schreibt da einer im Chat. Da gab es halt so einen Live-Chat. Schreibt dann einer. Noch ein Moralloser hat sich da tatsächlich gefunden. Das war jetzt der zweite, den ich in meinem Leben gesehen habe, der keine Moral hat. Der hat geschrieben, wer definiert Moral? Ich habe geschrieben, er hat keine Moral. Und dann schreibt er, wer definiert Moral? Also, danach habe ich dann auch geschrieben, wer soll eine Frage stellen? Das ist schon sehr, sehr seltsam. Auch, wer soll eine Frage stellen, der kann nicht geistig gesund sein. Wer definiert Moral? Und dann haben ein paar Leute geantwortet, inklusive mir. Alle gleichzeitig haben wir geantwortet, der gesunde Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand. Ein Mensch ohne Moral, so wie der oder der interviewt wurde, der Morallose, die können nicht die Frage beantworten, was moralisch richtig ist. Jetzt ist eine Situation, mit einem Van vorzufahren, ein Mädchen zu klauen und sie dann zu zerstückeln. Ist das richtig oder falsch? Kann ein Moralloser erstmal nicht beantworten. Der sagt, ja, aber wer definiert denn, was jetzt richtig oder falsch ist? Well, logischer Menschenverstand definiert, was richtig oder falsch ist. Logischer Menschenverstand beantwortet dir die Frage, sollte man Tiere töten oder nicht? Verstehst du? Und wenn es bei dir das nicht beantwortet, dann sollte man sich einweisen in eine Psychiatrie. Okay, dann sollte man sich Hilfe suchen, jetzt nicht abwerten gemeint, sondern wirklich das Telefon nehmen und sich Hilfe suchen, sich in Behandlung begeben. Weil dann hat man echte Probleme in seinem Leben, wenn man wirklich schon keine Menschlichkeit mehr hat. Wenn man schon nicht unterscheiden kann, was richtig und falsch ist. Das ist Moral, damit wirst du geboren, dass du automatisch weißt, dass das eine falsch ist und das andere richtig. Man sollte nicht das Mädchen mit dem Van klauen. Sollte man nicht machen. Man sollte keine Tiere töten. Man sollte keine Gewalt initiieren, wenn es nicht nötig ist. Also wenn es nicht für dein absolutes Überleben nötig ist. Du gehst in ein Geschäft und da liegt Hackfleisch und da liegt Haferflocken. Haferflocken, was nimmst du? Die Haferflocken nimmst du, weil das hier Leid und Tod und alles verursacht. Ist auch ganz klar. Man versucht Leid zu meiden und nicht auszulösen. Das ist einfach, kann nicht entscheiden, wer definiert, was Moral ist. Sehr, sehr seltsame Frage. Also wer sich so eine Frage stellt, bitte, bitte sucht euch Hilfe, professionelle Hilfe. Wirklich, das ist kein Spaß, das ist einfach kein Spaß. Genau, das mit weniger Fleisch habe ich dir noch aufgeschrieben, habe ich ja vorhin gesagt. Dann sagte der auch noch während dem, der hat da ganz, ganz viele, also der Morallose, ganz, ganz viele seltsame Sachen gesagt, wirklich beunruhigende Sachen. Und da hat er auch gesagt, also der Veganer hat gesagt, ja die Tiere werden ja getötet und sie leiden und sowas. Und dann sagt der Morallose, ja die Tiere leiden, aber das tut mir ja nicht weh, hat er gesagt. Also ich sage ja, ne, keinerlei Menschlichkeit, wie kann man mit so einem Menschen eine Debatte führen, wirklich, für alle Menschen, die eine Debatte führen. Und daran seht ihr, warum ich keine Debatten führe, ne. Weil wie kann man mit so, mit so etwas reden, wie kann man mit so etwas reden, erklär mir das mal, ne. Vor einer Debatte stellst du den Menschen die Frage, hast du eine Moral, hast du die Moral, die wir alle miteinander teilen, hast du sie oder nicht, hast du nicht, keine Diskussion mehr, ne. Thema ist beendet. Hat er diese Moral, ist er ein geistig gesunder Mensch und hat von seiner Intuition, diese Moral, ne, die hast du ja, die hast du ja, die muss dir keiner erklären, keiner muss dir erklären, ob man das Kind entführen soll mit einem Wenn. Das muss dir keiner erklären, ob das richtig oder falsch ist. Ich muss dir das nicht sagen, das ist falsch, das muss dir deine Intuition sagen, ne, das nennt man Menschlichkeit, damit bist du geboren, du weißt automatisch, was richtig und was falsch ist. Und der Veganismus ist der Inbegriff davon. Der Veganismus geht nicht nur hin und sagt, man hat diese Moral gegenüber Tieren, gegenüber allen Lebewesen, nicht nur Tieren, es geht um alle Lebewesen, wenn du diese Moral zu Tieren nicht hast, dann hast du diese Moral zu niemandem, ne. Und wenn du, und du wirst damit geboren und hast diese Moral und was macht ein Veganer, ne, der hat nicht nur diese Moral, der lebt diese Moral, okay, ganz genau das lebt er auch noch. Man soll Tieren keine Gewalt antun, okay, dann darf ich sie nicht essen, ne. Das ist der Inbegriff der Veganismus, es ist, der Veganismus ist Moral, der Veganismus ist Menschlichkeit. Deswegen sind wir Veganer geworden. Natürlich kann es auch andere Gründe auch gehabt haben, wie zum Beispiel Gesundheit. Ja, aber im Endeffekt, wenn du Veganer bist, hast du halt ganz genau diese zwei Punkte Moral und Moral ausleben, ne. Das ist ganz genau Veganismus. Und dann fand ich da auch noch was sehr Interessantes auch, womit er sich völlig abgeschossen hat, ne. Da hat er selbst gesagt, was für ein unendlich schlechter Mensch er ist, ne. Hat er selbst gesagt, indem er ein Beispiel, oder ne, der Veganer hat ein Beispiel angebracht, ne. Hat er gesagt, ah ja, okay, aber wenn man keine Moral hat, dann ist das für dich so, dann wäre das für dich okay, wenn jetzt Aliens kommen würden, ne. Und die haben dieselbe Moral wie du, also der Morallose, ne. Und würden dann deine Kinder und deine Frau nehmen, die würden deine Kinder essen, deine Frau zum Beispiel, ne, mit ihr irgendwas machen. Und dann wäre das in Ordnung. Und dann sagt der Morallose, ja, klar, wenn die stärker sind als wir und sowas, dann dürfen die das machen, ne. Und dass er auch da nicht merkt, dass es also zwei Arten von Aliens geben kann, die mit Moral und ohne Moral. Und die Morallosen, so wie er selber, ne, die sind ja die Schlechten, die würden uns Menschen alle töten. Und dann stell dir vor, die hätten Moral, so wie die Guten, so wie der Veganer, dann würden wir alle miteinander leben und Partys feiern, miteinander leben und, ne, alles so miteinander teilen und so. Friede, Freude, Eierkuchen in dem Sinne. Ja, so, die Aliens kommen mit in friedlicher Absicht, okay. Und der hat selbst gesagt, er vertritt diese Moral, diese schlechte Moral, dass sie uns töten und so. Also er ist selbst ein schlechter Mensch, er hat es damit doch selbst gesagt, anstatt ein guter Mensch zu sein und zu hoffen, dass die Aliens genauso sind wie er, gute Aliens, die in Frieden kommen, ne. Er hat bestätigt, dass er zu den Schlechten gehört, dass er der Schlechte ist, dass er ein schlechter Mensch ist, ne. Hat er damit bestätigt, ne. Weil er gesagt hat, er vertritt ganz genau diese Morallosigkeit, ne, die, die, die Macht des Stärkeren, ne. Diese Morallosigkeit, wie wäre es, wenn man der Gute ist und hofft, dass die Aliens gute Aliens sind, halt so wie gute Menschen gute Aliens sind, ne, die Moral haben, ne. Er stellt sich mit Absicht auf die falsche Seite, mit vollem Bewusstsein. Es ist, es ist, Mann, das kann man sich einfach nicht vorstellen, wie, wie jemand, der, ich sag ja, sowas kann kein geistig gesunder Mensch sein, ne. Kein Mensch, da muss schon sowas von oben alles kaputt sein im Kopf, ne. Das wurde da auch zigmal geschrieben, da in den Kommentaren hat auch jemand geschrieben, ah, warte mal, aber wenn er keine Moral zu Tieren hat, was macht er dann eigentlich mit, mit Kindern und mit Schwächen, mit Frauen und sowas, wenn es zum Beispiel keine Gesetze gäbe, ne. Ja, kann sich jeder denken, ne, was dann los wäre. Deswegen sag ich, ne, wer keine Moral hat, der ist kein Mensch, ne. Du bist kein Mensch, das ist, da muss man sich so dermaßen Hilfe suchen. Es ist, es ist nicht zu fassen, Mann, es ist nicht zu fassen. Ich sag ja, deswegen sag ich ja, ich hab sowas noch nie im Leben gehört, ne, dass, dass jemand keine Moral hat, jetzt zum ersten Mal. Und ich hoffe nicht, dass er weiter noch Videos mit dem machen wird, er will da auch weitere Debatten führen und sowas, ne. Was für eine Sinnlosigkeit, ne. So ein, wirklich, es ist, es ist einfach nicht zu, an Ekelhaftigkeit nicht zu überbieten, dass sowas existiert, ne, dass es Menschen wirklich gibt ohne Moral. Äh, es ist, naja, diese Menschen kennen wir ja, ne, die keine Moral haben, was die dann machen in der Gesellschaft, ne. Äh, äh, und das wollte ich euch sagen, und, äh, was ich euch noch sagen wollte, ist, wer diese ganze Moralschiene noch tiefer verstehen will, äh, wer wirklich, wirklich, äh, die krassesten Argumente haben möchte auf dieser Moralschiene, dem empfehle ich einen bestimmten Kanal und dann, und zwar ist das Ask Yourself, äh, vielleicht kennt den der eine oder andere, das ist der allerbeste in diesem Bereich, wenn es um Moral geht, ne, sollte man, äh, Tiere töten und ausbeuten und sowas, ne. Ne, diese ganze Moral-Ethik-Schiene, da gibt es den absolut besten Kanal, Ask Yourself, der ist auf Englisch, aber, aber der geht da wirklich ganz, ganz tief ins Detail und von daher kann ich euch den Kanal empfehlen, ich werde ihn euch hier unten verlinken und von daher, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, ich werde das Video dann immer verlinken, wenn jemand ankommt mit, der hat keine Moral, der findet das nicht, dass Tiere beschützt werden sollen, ne, obwohl das eigentlich jeder Fleischesser sagt, ja, ich habe sowas noch nie im realen Leben gehört, dass jemand sagt, nein, das ist nicht so, ja, man soll Tiere ausbeuten, man soll Tiere töten, nein, jeder sagt ja genau das Gegenteil, man soll es nicht, er tut es, ne, er tut Tiere ausbeuten und Dings, aber seine Moral sagt was anderes, ne, der sagt dann, ja, das ist schlecht und, ne, ich esse schon weniger Fleisch und, aber ich versuche schon, äh, ja, vielleicht Vegetarier zu werden oder sowas, ne, das sagt ja jeder Mensch, weil jeder hat diese Menschlichkeit in sich, in seinem tiefsten Herzen. Okay, und damit möchte ich dieses Video abschließen, Leute, ich hoffe, das wurde jetzt allen klar mit der Moral, wir teilen sie ja so und so alle, das ist ganz klar, weil, äh, ja, hier sind Menschen auf diesem Kanal, ne, echte Menschen und, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, ihr könnt mich gerne unterstützen, wenn ihr möchtet, werdet gerne Kanalmitglied, das wäre super, super nice und, äh, ja, und damit könnt ihr zeigen, dass ihr Moral habt auch vor allem, ne, weil ihr unterstützt dann Veganismus, von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute und wir sehen uns im nächsten Video, guckt noch gerne ein weiteres Video von mir, peace.